Yo Leute, falls ihr denkt, man, der Crane ist momentan ja mega aktiv, gewöhnt euch einfach nicht dran. Es wird eh nicht lange so bleiben, aber im Moment bin ich echt so ein bisschen wieder, ich hab Ideen, hab Power. Naja, eigentlich hab ich gar keine Motivation, das laber ich eigentlich für eine Scheiße. Jedenfalls war es schon länger wieder nicht mehr so weit, dass eine Real Story kam. Und meine letzten Real Stories waren alle, naja, langweilig. Relativ wenig Inhalt, relativ wenig Sinn, so wie meine Videos, passt auf jeden Fall. Und jetzt ist mit dem Letzten, sag mal was passiert, was ein bisschen heftiger hätte enden können, aber es ist halt nicht eskaliert. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren beim Subway und Subway hat momentan halt so eine Aktion, vielleicht die Leute, die unter euch öfters mal das schnelle Essen bevorzugen, dass man halt All-You-Can-Eat machen kann und für 10 Euro oder sowas sich richtig wegmatschen kann. Ja, ich hab mir dann dementsprechend 4 subs, 4 halbe Subs reingepfiffen, das sind umgerechnet 60 cm an purem Essen, pures Sandwich. Ich will jetzt nicht sagen, dass es viel war, aber für mich ist das halt viel, tut mir leid, ich bin halt nicht so übermäßig gefräßig. Und danach sind wir halt noch in die Shichaba gefahren. Ja, so nach 4 Subs geht's einem vielleicht nicht unbedingt so gut, wenn man das nicht so gewohnt ist. Und dementsprechend hab ich dann halt in der Shichaba gesessen und mir war ziemlich übel. Und ich hab halt zum Kumpel von mir gesagt, jo, komm mal mit, Alter, ich muss mal rausgehen, mir ist richtig schlecht, ne. Und ich steh so auf und lauf halt, wie es kommen musste, gegen den Tisch, auf dem Shichastand. Die Shichaba hat zum Glück nur aufgefallen, aber die Kohle ist meinem Bruder auf die Hose gefallen, der natürlich wie so ein Behinderter aufgesprungen. Ich meine, ist klar, wenn so eine Kohle bei einem auf dem Knie hängt, ist nicht so angenehm. Und dementsprechend ist sie dann auf den Hocker gefallen, auf dem er gesessen hat. Ja, nun ist es halt so, für die Leute, die vielleicht öfter in die Shichaba gehen, man hat meistens so einen Greifer dabei, womit man die Kohle aufheben kann. Der war bei uns, auf unerklärlichen Gründen, war der halt einfach nicht da. Und so kommt es halt, dass die Kohle auf diesem Stuhl hängt und immer weiter sich durchbrennt, durch den Stuhl. Ist halt nicht so geil, wenn so ein Stuhl jetzt aus sehr leicht brennbaren Stoffen entstehen und so eine Kohle, nun ja, ist ziemlich heiß für die Leute, die schon mal eine heiße Kohle angefasst haben. Und so hat sich halt da echt Rauch entwickelt, so richtig dunkle Rauchen, das Ding war kurz davor in Flammen aufzugehen. Das ist gar nicht mal so geil. Und jedenfalls hatte ich dann eine kleine Kurzschlussreaktion, hab den Hocker einfach umgedreht und die Kohle ist zum Glück da rausgefallen. Und dementsprechend musste ich halt den Schaden bezahlen. Aber Leute, das Beste kommt jetzt noch. Ratet mal, was ich ja zu Hause stehen habe. Hier sieht man halt den Hocker und ich zeige mal kurz das Loch. Da ist das Loch, man sieht das auch hier. Das ist ziemlich tief, so ungefähr meine Fingerspitze bis hierhin kommt da rein. Also ist schon krass das Loch. Und das war eigentlich die Story. Ich bedanke mich wie immer nicht fürs Zuschauen. Abonniert diesen Scheißkanal, verdammte Scheiße. Ich will die 1000 Abos dieses Jahr noch erreichen. Und ansonsten...